So viele tolle Ideen, da muss ich ja 200 Jahre alt werden, um das alles umzuuntersetzen. In den nächsten drei Minuten erzähle ich dir eine Methode, wie du effizient jeden Tag eine kleine Portion erledigen kannst, um dich effizient weiterzuentwickeln. Wenn du interessiert an solchen Tipps und Tricks bist, dann abonniere jetzt bitte diesen Sender, weil im Optimizing Sender gibt es immer wieder tolle Tipps und Tricks für Unternehmen und Unternehmer. Ich bin ein Scanner. Ein Scanner nennt man einen Menschen, der alles toll und interessant findet. Jede Idee ist umzusetzen, entweder privat oder im Business. Ich soll jeden Tag Sport betreiben, eine halbe Stunde. Ich soll mich gesund ernähren. Ich soll Bücher lesen ohne Ende, Zeitungsartikel, YouTube und die vielen, vielen Tipps und Tricks, die du von anderen Unternehmen erfährst. Tja, wie soll ich das schaffen? Ein Tag hat 12, 24 Stunden und dann ist aber vorbei und arbeiten soll ich auch daneben. Da habe ich das Kartenspiel für meinen persönlichen Erfolg entwickelt. Im Prinzip ganz einfach, ich nehme ein paar Karteikärtchen und schreibe auf, wo ich mich weiterentwickeln will, was ich jeden Tag in mein Leben einbauen will. Das sind einfache Dinge wie um 9 Uhr schlafen gehen ohne Fernsehen, vielleicht noch ein gutes Sachbuch lesen, den Artikel, ein Marketingprojekt. Was ist heute für mich wichtig? Jedes Kärtchen hat einen Input. Das können auch banale Dinge wie die Buchhaltung sein, drei nette Hallos, wo man Freunde anruft und sie einfach einmal fragt, wie es ihnen geht. Vielleicht ist es im Netzwerken eine Netzwerkaktivität, eine Marketingaktivität, der Blogartikeltag, den habe ich auch natürlich dabei. Und so kann ich dem Universum auch die Möglichkeit geben, ein bisschen einzugreifen. Was ist jetzt gerade wichtig? Vielleicht der Spendentag. Ich mische in der Früh meine Karten, ziehe eine heraus und das ist eine halbe Stunde laufen. Oder es ist da eine Blogartikel. Nicht alles an jedem Tag und so wird es auch für dich sehr, sehr einfach, sehr überschaubar, dich weiterzuentwickeln und jeden Tag eine kleine, sehr effiziente Entwicklungsportion für deinen Tag, für deinen optimalen Tag einzubauen. Das Video hat dir gefallen und du möchtest vor allem unsere Sache unterstützen, KMUs in Deutschland und Österreich mehr in den Mittelpunkt zu bringen, dann abonniere uns jetzt. Damit kannst du uns am besten unterstützen. Abonniere jetzt.